Heute Abend war der zweite Abend meiner Stadtteiltour Karlsruhe Dänschmiede. Heute waren wir in Grünwinkel und die Bürger aus Grünwinkel und Dachsland konnten ihre Probleme und Anregungen für ihren Stadtteil mir kundtun. Ich muss sagen, es war eine Steigerung zu gestern, es waren 60, 70 Bürger hier aus dem Stadtteil da. Ich habe wieder sehr viel gelernt, eine große Verkehrsproblematik speziell hier in Grünwinkel mal auszumachen. Und auch in Dachsland sind verschiedene ganz gravierende Punkte angesprochen worden, wie der Grundabbau, der beabsichtigt wird in den nächsten Jahren in verschiedene Dinge wie die Zusammenlegung der Sportvereine. Also von daher war es wieder eine sehr intensive Debatte. Die Bürger haben unwahrscheinlich gut mitgemacht. Ich habe viel gelernt, also eine wunderbare Abend.